Hey Leute, ich hab einen Tipp für euch. Schaut euch diesen heißen Scheiß mal an. Prince, welcome to America. Guckt euch das mal an. Vom allerfeinsten. Verpackt. Live-Konzert. Blu-Ray. Guckt euch das an. CD. Und jetzt guckt ihr das an. Zwei Renü-Scheiben. Glänzt und duftet. Und noch einer. Und jetzt kommt's. Ein Wahnsinns-Booklet. Mit allen Informationen, die du brauchst. Und jetzt für die ganz Haken. Ein geiles Live-Bild. Und du denkst, das ist alles. Jetzt geht's erst mal richtig los. Schau dir mal dieses Poster an. Ist das geil? Ein mega Poster. Und weiter geht's. Jetzt haben wir hier die Setliste vom Konzert. Und jetzt schütten wir den ganzen anderen Kram raus. Und was seht ihr? Backstage-Pass. Eintrittsticket. Alles, was du willst. Der Scheiß. Das musst du haben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.